Burscht ist das große Händnis, das du bezwingen musst, bevor du die Schwelle der Erkenntnis überschreiten kannst. Vermittlich alle Probleme zu lösen, stehen dir zur Vergnügung. Burscht ist das große Händnis, das du bezwingen musst. Burscht ist das große Händnis, das du bezwingen musst. Burscht ist das große Händnis, das du bezwingen musst. Burscht ist das große Händnis, das du bezwingen musst. Burscht ist das große Händnis, das du bezwingen musst.